Hörst du mich? Da 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 da, dumm dumm. Da 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 da, dumm dumm. Wie ich aufgewachsen bin? Ja, ich bin ein halber Engländer, ein halber Deutscher. Mein Vater war SAS-Soldat, also Special Air Service in England. Da haben wir über 30 Jahre nur im Krieg. Und so bin ich groß geworden. Mein Vater war jetzt kein Gewalttäter in dem Sinne, dass er gekommen ist und mich im Suff verprügelt hat oder irgendwas. Aber die Erziehung und seine Methoden, mich härter zu machen, war nicht ganz so einfach. Dass es so Spielchen von ihm waren, mit der Nasenspitze vorne rumzudrehen, dass ich immer einen blauen Blutergussi hatte. Oder beim Essen, wenn ich gespielt hatte oder irgendwas, kam mal ein Messer oder eine Gabe in die Hand. Oder halt Schläge auf den Oberschenkel oder auf den Oberarm. War ein Standardprogramm. Also er hat mich auch einmal so gebissen, dass das Blut gekommen ist. Dann musste ich ihn selber mit acht, neun Jahren ins Gesicht geschlagen. Das fand er gut, ganz einfach. Das war mein Vater. Nett ausgedrückt. Nein, er ist kein schlechter Mensch. Aber er hat überhaupt keine Empathie für Menschen. Er hasst Menschen. Das spiegelt sich jetzt immer mehr in seinem Alter. Der will überhaupt nichts mehr mit irgendjemandem zu tun haben. Ganz einfach. Der letzte Einsatz war der erste Irakkrieg. Und Vietnam war sein Lieblingskrieg. Das sagt wohl alles über seine Einstellung zum Leben aus. Meine Mutter, im Gegensatz, hat selber von sich immer gesagt, sie ist eine weiße Hexe. Die konnte keiner Fliege was zu leiden. Also die hat viel zu viel schlucken müssen in ihrem Leben. Ist dann am Ende auch elendig an Krebs verreckt sozusagen, muss man sagen. Ich hab dann die Maschine auch ausstellen müssen. War dann zehn Stunden bei ihr nachts gesessen und hab ihr die Hand gehalten, bis sie tot war. War natürlich auch ein Erlebnis. Aber ich konnte Abschied nehmen. Aber das war so das Ying und Yang. Die eine Seite das absolute Liebe, die mich über alles geliebt hat. Und die andere Seite, die war halt einfach, ich hatte ja auch über 24 Jahre keinen Kontakt mit meinem Vater. Also wir haben unsere Trennung gehabt. Und dann waren über 24 Jahre hatten wir null Kontakt. Aber ansonsten, ich bin bei Nürnberg groß geworden. Das war so ein bisschen ein äußerer Stadtteil von Nürnberg. Das war recht ländlich sozusagen. Viel BMX fahren, viel Skaten, was wir damals gemacht haben. Viel Scheiße gebaut. Also ich war der berühmteste Bengel, wie man da unten sagt. Also meinen Namen kannte jeder. Ich war sehr, sehr wild. Das war wohl das englische Blut in mir. Und ich war nicht zu bremsen, ganz einfach. Also das war schon sehr, sehr gut abgegangen. Und wollte immer anders sein. War dann überhaupt dann mit Wave, also heute Gothic. Da bin dann so die Psycho-Belace. War mal ganz kurz in Skynet. Erzählte schon mit 14 war ich Skynet. Ich hieß Babyskin, weil ich so jung ausgesehen hab. Und hab mich schon immer sehr gern geschlagen. Im Großen und Ganzen. Das hat schon wirklich klein angefangen. Das ist so eine Story, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber die ist wirklich wahr. Mit fünf Jahren muss ich wohl gesagt haben, wir brauchen ein größeres Haustier. Und dann hab ich eine Kuh geklaut. Einfach mal. Und in den Vorgarten gestellt. Also ich war schon immer sehr schnell mit Klauen. Also es hat mir immer Spaß gemacht. Und kämpfen so oder so, das war immer mein Ding. Ich glaub das erste Mal mit Polizei in Kontakt. Das war, weil wir Grabsteine umgekickt haben. Irgendwie auf dem Friedhof. Und dann ist es so Step by Step. Also ich war kaum 14. Hab schon meine erste Verhandlung gehabt. Das war wie ein Diebstahl von einem 80er. Mit Versicherungsbetrug. Und dann war Waffenbesitz. Und ich musste ja viel schwer erziehbare Therapie machen. Jugenderrest. Sozialstunden. Ich hab auf Sozialstunden. Sozialstunden bekommen. Mit der Leichenschändung und auch so ein Mist. Ganz einfach. Also ich war immer aus der Bahn. Ganz einfach. Immer aus der Bahn. Also mich konnte immer nicht bremsen. Bei mir war es immer. Ich bin kein Grenzgänger. Sondern ich bin weit über die Grenzen raus. Also meine Mutter hat auch immer gesagt. Wenn da ein Hornissen-Nest ist. Andere laufen vorbei. Die anderen schauen. Und ich lauf da drauf los. Und schlag ein. Um zu sehen was passiert. Ganz einfach. Das Chaos hab ich mein Leben lang geliebt. Ich hab relativ jung schon angefangen. Für Geld Leute zu schlagen. Oder Schulden einzutreiben. Das war glaube ich schon weit vor 18. Irgendwie. Dass ich damit angefangen hab. Natürlich nicht im großen Stil. Sondern das waren halt dann irgendwie da. Was gehört. 20 Mark hat einer geschuldet. Und hab mir das geholt. Und eigentlich sehr viele Einbrüche auch gemacht. Mit älteren. Also ich war schon mit 14, mit 18, 19, 20-Jährigen zusammen. Damals war meine Freundin 19 Jahre. Das würde heute schon gar nicht mehr funktionieren. Sie war eine Leiterin von der Baufirma. Und hatte eine riesen Wohnung. Bin direkt zu ihr eingezogen mit. Und alles drum und dran. Und ab da war. Ich hab nie gearbeitet. Ich hab's immer mal kurz probiert. Ich hab glaube ich. Bis ich inhaftiert war. Bin glaube ich zwei Monate in meiner Festanstellung gearbeitet. Als Metallarbeiter. Aber es war einfach nichts. Viel Partys. Viel Scheiße bauen. Und einfach. Was halt gekommen ist. Ob es jetzt Drogenhändler abziehen sind. Selber Drogen handeln. Ob das kleine Raubüberfälle waren. Einbrüche. Also ständig war irgendwas los. Ganz einfach. Also ich hab kein Spektrum gehabt. Wo ich mich drauf konzentriert hab. Also Spektrum. Also keine Linie wie einer der nur Drogenhändler ist. Sondern ich hab die komplette Bandbreite hab ich durchgezogen. Also das ist so. Wie man heute sagt. Berufsverbrecher oder ein Gangster. Na also das war. Oder ein Rock'n'Roller. Ich nenne mich ganz gerne Rock'n'Roller. Kannst du ein Kuh einfach mal erzählen? Also das ist eine meiner ersten Auslandseinsätze. Also die ist gar nicht so schlecht. Also ich meine die ist auch schon verjährt und alles mögliche. Da war ich noch sehr sehr jung. Aber da musste ich ins Ausland bin ich eingeflogen worden. Und sollte jemanden eher höflich bitten, dass er die Fresse hält. Ja und ich bin am Freitag angekommen. Und das war in. Das Land ist egal. Im Süden von Europa. Und es war so eine Straße. Drei Straßen gingen runter. Eine kleine Bucht. Und da war ein riesen Restaurant. Daneben hat er gewohnt. Und ich sollte da warten. Und ich sollte ihn halt dann treffen. Mehr oder weniger. Und ich bin dann abends hingebracht worden. Es hieß es kann eine lange Nacht werden. Ich soll da warten. Und da war so ein alter Turm war da. Da hab ich mich dann hingesetzt. Das war in so einem Gebüsch. Konnte direkt runter sehen auf die Bucht. Hab das Restaurant gesehen. Hab die Haustür gesehen. Und dachte mir, das ist ein cooler Platz. Das wird eine lange Nacht. Aber kurz darauf. Also es ist keine Ahnung. Fünf Minuten. Auf einmal gibt es ein richtiges Geräusch aus den Gebüschen. Und man schaut hin. Denk was ist. Kommt ein Hund raus. Und beißt mir direkt den Arm rein. Sieht man bis heute rein. Ich zrieße. Ich reiße den Hund runter. Hau auf den Hund ein. Kommt die Besitzerin. Muss natürlich die dann. Leider Gottes Willen so ist. Muss die sich ausknocken. Ganz einfach. War verletzt. Bam bam. Die Frau liegt dort. Muss sie anrufen. Holt mich ab. Geht leider nicht heute mehr. Aber der Job muss ja erledigt werden. Die so. Okay. Warte mal zwei Tage. Bleibst du da. Du bist eh bis Montag da. Sonntag holen wir dich. Mir war es halt dann sehr, sehr langweilig. Und hab dann das Feiern angefangen. Und hab dann eigentlich total vergessen, warum ich überhaupt an diesem Ost noch bin. Und war dann am Sonntagnachmittag am Strand gelegen. Total verballert. Und total im Koma noch. Und dann kam der Anruf. Ich muss los. Sie holen mich innerhalb von zehn Minuten ab. Und wie gesagt, ich hab schon überhaupt nicht mehr dran gerechnet. Und war da mit Flip-Flops so in der Hose wie ich jetzt anhab. T-Shirt. Und überlegt. Scheiße, wie mach ich das jetzt. Kurz hochgegangen. Hab mir dann so einen PR, die da arbeiten für Diskotheken, eine Käppi geholt. So ein T-Shirt. Das ich mir so rumbinden wollte. Er war da hingebracht. Und ich hab dann gesagt, der ist ja in der nächsten halben Stunde da. Ich dachte mir, okay, da ist nix. Geh genau wieder am gleichen Platz. Mach das T-Shirt hoch. Warte jetzt so. Und denk mir, okay, wenn's losgeht, geht's los. Dann hab ich aber gemerkt, ich bin so kaputt. Also so unfassbar fertig mit der Welt. Und hab gesagt, ich muss das irgendwie anders machen. Dann kommen manchmal so richtig idiotische Ideen. Wir haben einen Pflasterstein genommen und ein T-Shirt reingewickelt. Und hab gedacht, okay, ich lauf einfach für den Zuhuhauen das Ding quer in die Fresse. Und lauf einfach weiter. Okay. Ich seh das Auto kommen. Das ist so ungefähr von mir aus 100 Meter geht's den Berg runter. Da ist das Restaurant randvoll mit Touristen und Einheimischen. Und ich so, okay, lauf langsam runter. Wollte vor seine Eingangstür gehen. Flutlicht. Alles hell. Da dachte ich mir, okay, alles klar. Der wird garantiert nicht auf mich zulaufen, wenn da ein Typ dort steht wie ich. Mit dem Basecap nach unten gezogen und hat irgendwas in der Hand. Musste ich schnell reagieren. Dachte, okay, jetzt jogge ich einfach auf der Straße auf ihn zu. Schau mal, was passiert. Und wenn ich kurz vor ihm bin, zieh ich durch, hau in den Stein direkt in die Schnauze und renn einfach weiter. Ja, getan. Ich jogge ganz langsam auf ihn zu. Er läuft wirklich die Straße langsam hoch. Er sieht, ich zieh durch. Was passiert. Wirklich war. Der Stein fällt raus, fliegt an seinem Kopf vorbei und ich hau ein T-Shirt in die Fresse. War ein Dortmunder Zuhälter. Auch ein riesen Büffel. Ich war damals 24, 25. Und er schaut mich nur an, erschrickt und meint nur zu mir, na komm her Kleiner. Aber das war mein Glück, da ich kämpfen kann. Habe ich ihn gleich so sauber erwischt mit Links-Rechs Kombination, dass er angeschlagen war. Aber was passiert. Er fällt auf mich drauf. Er fällt nach oben und verklammert sich komplett in mich. Wir verhaken uns. Rechts das Restaurant. Randvoll mit Menschen. Stehen schon auf. Schreien. Das Basecap immer mehr so und wir verhaken uns so. Und ich habe einfach keine Power. Wir hängen und hängen und würgen und ich versuche reinzuschlagen. Und irgendwann sage ich zu ihm, ey, pass auf, lass es gut sein, ich lasse los. Dann ist es vorbei, ganz einfach. Und er sagt, wirklich, wirklich, schwörst du es? Und ich so, ja Mann, ich schwör es. Er lässt los, dann konnte ich ihn doch nehmen kurz. Habe mein Text gesagt, halt die Fresse, ganz einfach. Musste dann den Berg runter und eigentlich den Berg wieder hoch. Und wie ich den unteren Berg sehe, wo ich hoch muss, war mir klar, da komme ich nie wieder hoch. Das war meine Kondition, war am Ende. Ich bin zehn Meter gekommen, habe erstmal gekotzt, habe mich hingesetzt, musste aber da weg, weil überall schon halt Polizei geschrien worden ist. Die haben das natürlich mitbekommen, was da los war. Und habe dann meinen Fahrer angerufen, der soll mich abholen. Und er so, nein, ich kann da nicht drüber. Die ganze Zeit hinterher. Ich so, Alter, ich komme da nicht mehr hoch. Verstehst du das nicht? Ich komme da einfach nicht mehr hoch. Ich bin am Ende. Und er so, nein. Und da war es wirklich, ich weiß nicht, wie lang es geht auch, da bin ich da hoch marschiert, bin ins Auto, habe mich reingesetzt, das weiß ich bis heute, setze mich so hin. Fast ein Herzinfarkt, Schneeweiß, total am Schwitzen. Und der Fahrer dachte, ich bin unter Schock von dem Kampf. Und ich so, Alter, du dumme Fotze, Alter, sag mal, du Spinner. Wenn ich sage, hol mich ab, ich bin ja aus Kondition. Ich habe zwei Tage durchgefeiert, du Assi, Alter. Das nächste Mal schlachte ich dich unter dem Ding. Das Ende vom Lied war auf jeden Fall, ich sollte ihn eigentlich nur einen in die Fresse hauen. Also Glück im Unglück, dass der Stein dich getroffen hat. Er musste aber dann trotzdem ins Krankenhaus. Vier Rippen waren gebrochen und irgendwie, glaube ich, das Jochbein war durchgeschlagen. Das habe ich gar nicht mehr geschnallt in meinem Zustand. Aber das ist so eine, so eine Lebensweisheit, wo man sagt, okay, in solchen Zuständen macht man es einfach nicht mehr. Weil da dachte ich, das schaffe ich nie wieder. Und eine Story, die eher klug gelaufen ist? Ja, da gibt es schon viele, die sind sehr, sehr gut gelaufen irgendwie. Also das ist, wir haben natürlich, was kann man da sagen, eine Zeit lang ist der Drogenhandel, wo wir dabei waren, sehr, sehr gut organisiert gewesen. Am Schluss war mein Part, also ich war ein Zwischenmann. Also mir ist das Geld von dem Käufer zugeschickt worden. Ich habe das angenommen, habe meinen Anteil einfach nur noch weggenommen. Ich habe das Geld dem Dealer gegeben. Der Dealer hatte mir nur noch einen Schlüssel in die Hand gedrückt von einem Schließfach in irgendeinem Kaufhaus oder in einem, was gehört, Mediamarkt. Und diesen Schlüssel habe ich dann einfach bloß wieder den Käufer, der nach oben gekommen ist. Also im Endeffekt hatte ich nie mit den Drogen zu tun. Mir konnte man nichts nachweisen und habe natürlich richtig schön Geld verdient. Wie viel hast du das verdient? Das waren schon zwischen 20.000 und 30.000 im Monat. Im Endeffekt war das einmal im Monat, zweimal im Monat, war die Sache. Das war, ich habe ja noch nebenbei meine anderen Sachen laufen gehabt. War in einer Beziehung mit einer, der Vater war ein Multimillionär, war ein riesen Penthouse, hatte keine Miete. Sie war bei Lufthansa Stewardess. Also es war nur noch zurückkommen, das Ding, Geld holen und direkt wieder weggeflogen in Urlaub. Also ich war diese zwei Jahre nur im Urlaub. Also über meine Tiefen von Porto, egal wohin. Das war ein Traumleben, ganz einfach. Rolex kaufen bei Wempe mit Flipflops und Diamantring und Unterhemd reingegangen. Erstmal dumm angeschaut und dann den Stab her, okay, kommen Sie rein, gehen Sie mit nach oben. Das war eine gute Zeit. Also das lief zu gut, die Zeit, weil alles zusammengepasst hat, dass man schon eigentlich geahnt hat, irgendwas wird kommen, ganz einfach. Und das ist dann auch, von heute auf morgen ist dann der aus Süddeutschland gekauft hat. Er hatte dann eine Wohnung bei mir im Haus mit drinnen, unten drin und wir wollten zum Sport. Und ich gehe am nächsten Morgen runter, weil ich eigentlich zum Sport sollte und gehe rein in die Wohnung und sehe noch gar nichts. Und dann gehe ich wieder hoch und denke mal, wo ist denn der? Vielleicht ist er noch beim Bäcker oder irgendwas. Und dann eine Stunde gehe ich wieder runter und dann schaue ich nochmal und dann sehe ich so, ups, wie schaut denn die Wohnung aus? Alles ausgeschüttet, alles übereinander und was geht. War klar, Schmiere ist eingelaufen, hochgenommen worden. Er hat glaube ich fast sechs oder sieben Jahre damals bekommen. Hast du gute Freunde gehabt? Ja, habe ich bis heute. Ich habe sehr gute Freunde, muss ich echt sagen. Das hat sich gerade jetzt in der Knastzeit herauskristallisiert. Also das sind wirklich Freunde, die hinter einem stehen. Keine Ahnung, die kenne ich auch seit über 20 Jahren und immer da. Also wenn ich Ausgänge hatte oder irgendwelche Kleinigkeiten, das sind natürlich alles Leute, die ganz solide auch sind. Waren vielleicht mal im Rotlicht mit dabei oder das oder das, aber haben irgendwann gesagt, hab Schnauze voll. Aber die sind da gewesen. Also die unterstützen mich eigentlich bis heute, muss man sagen. Hast du mal einen Freund verloren, der gestorben ist? Ja, mehrere, mehrere gute Freunde. Also gerade in meiner Haftzeit. Der eine hat sich in die Brust geschossen, der eine hat sich in den Kopf geschossen, der eine ist im Hospiz gestorben. Ein anderer sehr guter Freund, ist mehr oder weniger gerade am Kippen irgendwie. Also das ist wohl jetzt mit dem Alter geschultert, aber das zeigt auch, dass wenn man zu lange Rock'n'Roller lebt, wenn dann alles vorbei ist, kommen viele einfach nicht mehr klar. Da muss ich sagen, hatte ich Glück jetzt, dass ich mich neu erfunden habe und eigentlich ganz gut mit der Welt klarkommen, muss ich sagen. Also ich bin nicht so in einer Depression wie viele andere wohl. Aber ich habe schon etliche Leute verloren. Was glaubst du, was hat dir geholfen, die Kurve zu kriegen? Mir hat der Knast, muss man wirklich sagen, der Knast hat mir das Leben gerettet. Der hat mir wirklich das Leben gerettet. Ich war vor meiner Verhaftung komplett auf einem absoluten schrägenden Film. Mir hat nichts mehr interessiert, ganz einfach. Es ging ja wirklich nur noch um da einen Chopperling, da einen Chopperling. Einfach scheißegal, wenn, dann sollen sie mich umbringen. Sterben wir heute nicht, sterben wir morgen. Einfach, die Lebensmotivation war vorbei. Und ich bin eh älter geworden, wie ich je gedacht hätte. Also, dass ich jetzt mit 49 jetzt hier sitze, das hätte mir vor zehn Jahren, das hätte ich nie geglaubt. Also ich habe damit gerechnet gehabt, dass ich irgendwann erschossen werde oder was Gott, oder keine Ahnung, vielleicht springe ich selber irgendwo runter, mache einen Freiflug oder irgendwas. Also das ist so, irgendwann zerrt es zu sehr, wenn man zu weit Chaos lebt, zu weit über den Grenzen schwimmt, und die Regeneration ist nicht mehr da. Und man verliert sich dann irgendwann mal und die Lust und Laune, das ist so, wie gesagt, mal in tiefen Luxusurlaub. Und was macht man? Man setzt sich hin und säuft. Also ich meine, man hat das Paradies auf Erden da, aber kann es gar nicht mehr genießen. Aber ich bin ja damals, wie gesagt, mit 14 ausgezogen und habe dann eine lange Reise hinter mich gebracht, wo immer Action ist. Es war ja nie wirklich Ruhe, ganz einfach. Und das ist so das erste Mal in meinem Leben, wo ich drei, vier, fünf Jahre wusste, ich bin eh weg, ich kann mich auf mich konzentrieren. Das war natürlich der schlechteste, begewählte Platz der Welt, muss man mal so sagen. Aber auch irgendwie gut, weil man hat die Ruhe. Und das ist ja, ich bin, wie gesagt, Opa geworden. Für meine Tochter war ich nie da, aber ich will zumindest für meine Enkelin da sein. Und auch für meine Tochter natürlich selbstverständlich. Und ich will einfach ein Leben leben wieder, ganz einfach mal. War es irgendwas Spezielles im Klass, was du gemacht hast, was dir geholfen hat, gelesen? Meditiert und Atemtechniken, da habe ich angefangen. Es gab so einen Vorfall, da ist damals mein Ziehsohn in die Kinderpsychologie gekommen. Da war ich noch im Untersuchungsgefängnis in Amberg unten. Und der hat Selbstmordgedanken gehabt, weil ich nicht mehr da bin. Und das war einfach so ein Dämon. Wir haben ja alle Dämonen in uns, die tanzen auf uns. Und den Dämonen wollte ich nicht mehr haben. Ich habe mir gesagt, ich will nicht, dass ein Kind, also ein Sechs oder Sieben war damals, wegen mir sich umbringen. Und in Bayern darf man null telefonieren. Das interessiert ja einen Scheiß-Trick, ob da ein Kind in der Kinderpsychiatrie ist mit Selbstmordgedanken oder Suizidversuch hinter sich. Du musst das übers Gericht machen. Und somit habe ich vier Wochen lang keinen Kontakt gehabt. Und meine Ex war auch borderline krank, auch Suizid, alles gefährdet. Und das hat mich komplett zum Zwitschen gebracht. Ab da habe ich mir gesagt, nein, so läuft es nicht mehr weiter. Da ging es dann eh bei mir, da ist alles in den Raum geschmissen worden. Wie gesagt, schwerer Drogenhandel, Waffenhandel, bandenmäßig. Dann ging es um Auftragsmord, dann ging es um Mord, um was Gott was alles. Ich musste einfach abwarten, was passiert. Aber allein schon für den Jungen wollte ich stabil bleiben. Auch für meine Tochter, wo ich keinen Kontakt mehr hatte. Aber das war so das Grundlegende eigentlich in meinem Leben, wo ich gesagt habe, so geht es nicht mehr weiter. Was würdest du sagen, was war die krankeste Zeit deines Lebens? Welche Jahre waren die gestörtesten Jahre? Das war definitiv die Auslandsjahre. Aber auch hier in Hamburg das erste Jahr. Das war, wo ich hier angekommen bin. Wann bin ich hier angekommen? 2001 im Sommer. Und da bin ich wirklich hart durchgestartet irgendwie. Da habe ich mir sehr schnell einen kranken Namen gemacht, der bis heute geht irgendwie. Also das ging dann schon so weit, dass ich stockbesoffener in einer Chöre sitze am Sonntagmorgen. Und die sind alle am Beten und ich sitze mit der Jim Beam Flasche mit der Kippe im Maul. Und die Nonne rennt meinem Kumpel hinterher und schreit, holen Sie den Teufel da raus und solche Sachen. Also das ist jeglichen Respekt auch damals halt vor nichts mehr gehabt, ganz einfach. Sondern lachend halt dann raus und da ist ein Überlass. War nur Action. Nur Action. Also die war schon wirklich wild. Das war, da ist viel, viel passiert. Gibt es ein Tattoo, was eine besondere Bedeutung hat für dich? Das ist hier der Clown. Das ist meine Seele. Ich habe von einem bösen Clown die Seele gehabt. In den richtigen, wichtigen Momente ist der Clown hochgekommen und wie gesagt, ist das Chaos. Habe ich geliebt zu machen, die Leute gegeneinander auszuspielen, sich gegen Leute anzulegen, wo man sich nicht anlegt oder irgendwas. Also das ist so, ja war wie meine Seele. Und das ist halt so der Tod von mir. Also mit mir kam immer das Übel. Also wie ich hieß ja auch mit einem guter Freund von mir war, wo man wie hieß ein Pump and Gun. Viele hatten keine Lust auf mich. Also gerade wenn ich einen Tee hatte, war ich unberechenbar. Wenn du jetzt Leute, junge Leute von heute siehst, die die ganzen Zeiten noch auf TikTok sind und auch depressiv sind und nicht auf ihr Leben. Nichts machen. Was würdest du den Leuten sagen? Einfach mal nachlassen. Geht mal in die normale Welt wieder raus, ganz einfach. Das fängt ja schon an, wenn du auf ein Konzert gehst und hast tausend Zuschauer und tausend Handys sind rum. Da ist der Künstler. Schau es dir an. Du hast Gedanken. Erinnere dich doch lieber dran. Also ich lebe das halt viel lieber. Das ist ganz einfach. Das ist eine Zeit momentan, wo wir erleben, die ist echt gruselig. Also da bin ich ganz froh, dass ich schon älter bin und noch eine ganz coole Kindheit in Anführungsstrichen gehabt habe. Mit Wäldern und mit Rausen und allem drum und dran. Aber jetzt ist es ja stumpf, keine Ahnung. Also ich weiß da manchmal gar keine Worte mehr. Die werden dann einfach alleine gelassen. Die Eltern, es wird ihnen zu viel. Schmeißen auf die Straße und draußen machen, was sie wollen. Ganz einfach. Wir hatten ja jetzt doch den Psychologen von mir, der Kollege, der betreut einen Zwölfjährigen, der hat jetzt einen Stich ins Bein bekommen. Da ist einer mit dem Scooter davor hingefahren und der sticht irgendeinen einen Zwölfjährigen an. Also ich meine, wo hört denn das jetzt an auf irgendwann? Die spinnen nur noch irgendwie. Also da muss viel passieren. Ganz einfach. Hast du jemals irgendwas Übernatürliches erlebt, was du dem nicht erklären kannst? Also wir haben früher viel Satansbeschwörungen gemacht, Geisterbeschwörungen und allem Möglichen. Und wir haben bei meiner Mutter im Haus, haben wir sie ausgehalten, auch wie ein Teufelbeschwörungen und alles Mögliche. Und ich weiß noch, wie ich abends, das ist ein Oberstock, wirklich muss ich pissen und gehe rüber ins Bad. Und es war eiskalt, also war so unnatürlich kalt. Ganz einfach, also das war irgendein komisches Gefühl schon. Und wir hatten da im Badezimmer so einen Korbstuhl, so einen großen. Und das ist klar, wenn man sich reinsetzt, das kennt man ja, dieses Krrrr. Und ich stehe, da beim Pissen und dann auf einmal hinter mir. Und mir ist so kalt drin und kriege ich heute noch Gänsehaut davon. Und umgedreht und dann war es aber auf einmal weg, ganz einfach. Und da habe ich mir gedacht, na, na, haben wir doch irgendwas hochgeholt oder irgendwas. Viele sagen, ich habe zwei Herzen in mir. Ich habe ein sehr gutes Herz, das ist wohl von meiner Mutter. Sie war immer das Nette, ich bin wirklich zuvorkommend, ich helfe gerne. Und ich würde niemals Schwächere angreifen oder irgendwas. Also ich habe Grundregeln in meinem Körper oder in mir drin und Prinzipien. Habe aber auch ein Monster in mir drin. Und wenn ich das freilässe, dann kommt das Schlimmste raus, was die Menschen nur kennen. Also ich habe sehr, sehr wirre Gedanken. Auch die kann man gar nicht so erzählen. Das schockiert viele Menschen. Und das ist, glaube ich, so daher switche ich so hin und her. Aber langsam übernimmt es einfach das Gute von mir. Und das Schlechte treibt es raus. Aber es lacht hier die ganze Zeit. Was waren die größten Überraschungen deines Lebens? Die Überraschungen, also Verhaftungen war zum Beispiel eine sehr gute. Wir waren in Nürnberg. Wir waren erst in einem Puff. Und da gab es eine kleine Schlägerei. Das mussten wir dann verlassen und sind zum anderen Puff gefahren. Es waren nur zwei in dieser Ecke. Haben aber im Vorfeld natürlich nicht gewusst, dass ich an diesem Tag die Puffbesitzerin von ihrem Mann getrennt hatte. Und den Laden zugemacht hatte, weil sie Angst hat, der Mann kommt. Und ausgerechnet kommen wir da zu Fürth in diesen Puff angefahren. Klingeln. Sie macht auf. Und wir waren schon angetrunken. Ich gehe einfach rein. Und sie direkt die Polizei angerufen. Haben aber nicht mitbekommen. Und dann kommt man raus. Und schon waren, was gehört, 20, 30 Polizisten da. Weil sie gedacht haben, jetzt kommt ein Rotlichtkrieg oder irgendwas. Wir waren ganz andere Dinger da irgendwie. Und dann auf jeden Fall hat er irgendwie einen Cop, hat dann den Maglider, die Taschenamme verloren. Und der Kollege von mir hebt die auf. Gab es gleich eine Rangelei. Also gab es gleich mit den Cops, mit Bruggelei, so hin und her. Ja, dann sind wir verhaftet worden. Wir sind auf die Wache. Ja, und ich war dann, hab ganz normal gesprochen, was los ist. Und dann haben die mir das erklärt. Ich so, ey, wir sind aus Hamburg. Wir wollten nur ficken, ganz einfach. Wir wussten das nicht. Das war okay. Man geht nicht einfach rein. Aber wir wollten auf gar keinen Fall eine gewaltsame Übernahme. Und ich so, ja, du bist ja ganz okay. Aber dein Kollege. Sag ich, was ist denn mit meinem Kollegen? Dann hat er gesagt, geh mal mit. Dann war der in seiner Zelle schon nackt gelegen. Hat die Toilette verstopft. Hat nur gedrückt. Das Wasser ist schon nicht übergelaufen. Dann hab ich gesagt, ihr müsst über Nacht drin bleiben. Ja, okay. Geht halt nicht anders. Dann am nächsten Tag, 8 Uhr, 9 Uhr früh, kommst nicht raus. Ja, also was und das für eine Scheiße. Irgendwann hat ein anderer das mitbekommen. Hat schon Anwälte reingeschickt. Und der Anwalt so, ey, bleib mal ganz locker. Die wollen doch euch anzeigen. Ihr müsst in die U-Haft, in ein Versuchungsgefängnis. Das geht wirklich darum, dass ihr diesen Puff gewaltsam übernehmen wolltet. Und ihr seid ja so ein Schwachsinn. Und dann aber zum Glück hat es der Ex-Zuhälter von der Frau da mitbekommen, oder von der Puffchefin. Und ist dann zur Polizei gegangen, hat das alles offenbart, dass wir überhaupt nichts damit zu tun haben, dass das alles nur ein beschissener Zufall ist. Und dann konnte man um 12 Uhr wieder gehen. Das war so eine Nacht in Nürnberg mal ganz schnell. Hat nur Geld gekostet. Gefickter Maune. Die Leute, die jetzt im Milieu Karriere gemacht haben, wirklich oben sind und das über Jahre. Was würdest du sagen, was machen die richtig? Die sind straight zu einer Seite. Sparen vor allem, das ist die große Kunst. Die meisten einfach sind so wie ich. Wenn Geld reinkommt, geht es auch wieder raus. Das ist halt wie geschenktes Geld. Und die waren halt von vornherein. Ich meine, ich habe ja viele kennengelernt. Die haben immer gesagt, halt dein Geld zusammen. Baute damit das auf oder das oder das. Aber das war nicht so mein Ding. Ich habe das nie wirklich. Also schon, klar macht man das wegen einem Geld auch. Aber ich bin nie dem Geld so hinterher gerannt. Für mich ist nur Geld zum Mittel zum Zweck. Mehr ist das nicht ganz einfach. Ich kann mit 1000 Euro im Monat leben. Ich kann aber auch wahrscheinlich 100% eine Million im Monat verballern. Und habe dann am Ende auch nichts mehr. Ganz einfach. Also das rangiert mich nicht, sagen wir es mal so. In der Drogenwelt gibt es wenige, die sich wirklich so lange behaupten können, ohne mal in den Knast zu kommen. Und alle anderen, ja, die meisten kennt man gar nicht. Die sind ja eigentlich so solide und brüde, wenn man sie trifft, dass man nie denken würde, dass sie so Schwerverbringer sind. Und ja, ich kenne einen, der lebt in Holland. Familie, ein schönes Haus, aber kein großes Auto oder irgendwas. Aber halt riesengroß im Business. Und in jeglichen Arten irgendwie. Aber macht Fäulen auf Spießer irgendwie. Das ist unfassbar, wie der rüberkommt. Du denkst, das ist der größte, na vollidiot nicht, aber der größte Spießer-Arsch. Na, eigentlich, na. Aber gut gemacht, ganz einfach. Also wirklich perfekt gemacht, das Schauspiel. Eigentlich hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen, ich hätte Bock auf so einen ganz kleinen Gnadenhof. Irgendwo ein kleines Häuschen. Ich würde einen alten Esel haben. Ich würde ein, zwei alte Schweine haben. Hängebauschweine bei Gänse, bei Hühner, bei Katzen. Und dann kann ich mich hinsetzen, kann meine Zigarre rauchen, meinen Whisky trinken. Und so kann ich mir vorstellen, alt zu werden. Aber viel mit Natur, ganz einfach. Also mich zieht es immer mehr in die Natur raus. Also ich habe überhaupt keinen Bock mehr irgendwie in Städte rumzurupfen oder irgendwas. Da habe ich gar keinen Nerven mehr drauf. Ja, die Kriminalisation wird immer härter in Europa. Wie gesagt, eigentlich ist der Drogenkrieg vielleicht ein bisschen überzogen. Aber es gibt verschiedene Clans, das weiß man mittlerweile, die sofort schießen. Also wenn da Schulden sind, also die kommen, definitiv. Also ob in Hamburg, ich weiß jetzt nicht, wie es hier in Berlin ist, aber in Hamburg immer einen Kopfschuss oder in eine Shisha-Bar reingehen. Das war eine Hinrichtung, alles drum und dran. Also damit muss man mittlerweile leben. Ja, dann die Preise sind im Keller. Also wie gesagt, ich bin nicht mehr dabei. Aber man bekommt natürlich im Knast noch alles so ein bisschen mit. Da ist eigentlich, kann man fast sagen, also entweder bist du riesengroß. Du machst wirklich, du verschiebst was gerade für 500 Kilo Tonne hin und her. Du machst deinen Schnapp dabei, machst das intelligent. Aber dieses Kleintickerei, Kilo hier, Kilo da oder irgendwas. Also das ist für mich Schwachsinn. Man muss es so rechnen. Erwischen es dich mit 10 Kilo Koks. Was hast du verdient? Lass es 10.000 sein. Die Anwaltskosten, wenn es dich erwischen, sind bei 30.000. Plus die Jahre, wo du weg bist. Also es steht in keiner Realisation mehr. Da ist nichts mehr dahinter. Wir haben damals, keine Ahnung, 1.000 Euro für ein Kilo Speed bezahlt. Und dann haben sie 7.000 weiterbeverkauft. Das schmeckt, das sind 6.000 an Kilo Speed. Und für ein Kilo Speed, okay, das kriegt man dann eineinhalb Jahre, zwei Jahre. Das sind aber lange, lange Zeiten her. Und halt auch dieses ganze Neuzeug, Benzo und wie es jetzt alle heißen, das kriege ich ja so teilweise von den Jugendlichen mit. Keine Ahnung, warum man sich sowas in die Birne knallt, aber ist halt so. Ganz einfach. Aber es macht die Leute halt Mürre, macht sie wahnsinnig ganz einfach. Und es ist mehr dieses auch über Social-Media-Seite, über Telegram, über Instagram und alles mögliche. Kannst du ja auch alles kaufen. Sogar bei mir kriege ich ständig irgendwelche Anfragen, schaue ich drauf, ist Gras, das, 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 das. Kannst du aussuchen, chattest du und dann den bringen sie, also bist du ausführer oder irgendwas. Früher musstest du ja wirklich irgendwie in die Szene reinkommen. Man musste erst einmal irgendwie, die müssen sich kennenlernen, müssen ihr Vertrauen lernen, muss aufgebaut werden und dann kommst du, baust du dich immer mehr auf. Und von Jahr zu Jahr steigst du eine Nummer höher, wenn du willst. Oder bleibst da oder irgendwas. Aber heutzutage kann ein 15-Jähriger, wenn der Bock hat, hat 10.000 Euro oder irgendwas, dann kauft er sich drei oder vier Kilo Gras und fängt es zu ticken an. Und wenn er gut ist, ist er in einem halben Jahr bei 200 Kilo oder irgendwas in der Woche. Also das ist ja heutzutage nichts mehr. Und das macht aber auch alles kaputt. Früher warst du jetzt Darknet so ein bisschen, wo du auch Waffen kaufen kannst, aber das kannst du ja auch überall mittlerweile. Bei Instagram kannst du dir, was geht, welche AKs oder Basukas kaufen. Auch in Deutschland? Auch in Deutschland, ja. Kannst du die bestellen. Du bist halt bescheuert, wenn du sie auf deine Adresse bestellst oder irgendwas. Aber stehst du halt irgendwo hin auf den Paketshop oder irgendwas. Und wer schaut in der Regel da schon rein? Da sind so viele Pakete unterwegs. Wir selber haben ja früher viel mit Paketen gemacht. Und da ist nie irgendwas großartig hochgegangen. Was waren für dich Aktionen, die du erlebt hast, die dich für immer verändert haben? Das ist einmal meine Ex-Lebensgefährtin, die auch psychisch krank war. Die hat mich wirklich ausgelaugt irgendwie. Also ich habe, glaube ich, so ein Helfersyndrom. Und Borderliner kann man einfach nicht helfen. Das ist mal von mehreren Seiten gesagt worden. Aber ich konnte da nicht loslassen. Also das ging so weit, dass ich ein Suicidal by Cops machen wollte. Also ich hatte mir in mein Auto eine Machete, so eine Gurkai-Machete reingelegt. Ich habe Celidin genommen, dass ich viel aushalte. Das ist ein Schmerzmittel. Eine Schlaftablette und eine Flasche Wodka. Und habe gewartet, bis die Bullen kommen und mit der Machete los. Es ist dann auch so passiert. Nur, dass ich dann so dicht war, dass ich nicht mehr aus dem Auto aussteigen konnte. Und meine Ex damals mich so geschubst hat. Ja, Sieber hat mich dann zufällig gefunden. Und da war aber schon Polizei da und aus Gott was alles. Und wie gesagt, dann bin ich zu mir gekommen. Das weiß ich noch so ein bisschen. Und bin dann raus, habe die Machete, wollte gerade so losrennen. Und ich spüre nur, wie mich jemand schubst. Und dann bin ich direkt umgefallen. Das Gute bei ihr, muss ich sagen, hat sie die Machete weggepackt. Die haben sie nicht mehr gefunden. Und sie hat immer direkt gegen die Cops gekämpft. Also sie hat auch zugestochen alles. Also da hat sie mich noch geschützt. Danach war es wieder Action. Aber sie sind einfach Verrückte. Ganz einfach. Also sie ist wirklich eine Vollverrückte. Ich habe noch nie so einen Menschen kennengelernt. Das ist bitter, bitterböse. Und dann bin ich hingefallen. Aber es zeigt halt, ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Also ich habe keinen Ausweg mehr gefunden. Ich konnte mich nicht trennen von ihr. Das hat bei mir nicht zugelassen. Und ich habe nur den Ausweg gefunden, eigentlich in den Suisseiteln zu sprechen. Mich selbst umzubringen. Aber das kann ich auch nicht. Also wollte ich halt erschossen werden. Ganz einfach. Da musste dann auch Polizeiwache und dann Krankenhaus erst. Da musste ich zum Psychiater. Und ich habe das alles erklärt. Aber das sind so Dinge, da denkt man dann schon drüber nach. Das ist dann danach so irgendwie, was ist denn mit dir überhaupt noch los? Spinnst du mittlerweile? Das war eine harte Zeit. Also ich habe sie halt irgendwie alles geliebt. Das gebe ich offen zu. Das war eine absolut verrückte Beziehung. Aber auch absolut toxisch. Eigentlich nur katastrophal. Und auf sowas würde ich nie wieder eingehen. Ganz einfach. Im Gegensatz zu jetzt ist es ein Traum. Ganz einfach. Das ist einfach natürlich offen. Man kann über alles reden. Also da ist nichts Toxisches. Ganz einfach. Also so, wie man es sich eigentlich wünscht. Aber damals war ich halt in meinem Chaoskopf, habe ich halt die Chaosqueen getroffen. Ganz einfach. Und das hat auch damals der Psychologe gesagt. Also wenn bei euch losgeht, das brennt nicht. Das ist ein Steppenbrand, sagt er. Das ist ein bisschen mit dem Messer aufeinander los und was Gott was alles. Da waren Polizeieinsätze, Psychiatrie. Also pure Chaos ein Jahr lang. Also das haben auch viele gesagt. Ich war hier und durch die Beziehung bin ich abgestürzt. Komplett runter. Also auch von der Traumwohnung weg. In eine Zwei-Zimmer-Butze reingerutscht und alles mehr oder weniger zerstört. 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 Zerstört.